Was für ein Abenteuer! Holt sie euch! Mumien. Ein total verwickeltes Abenteuer. Im Kino. Ich habe etwas entdeckt. Eine Welt voller Mumien. Unter der Erde. Heutzutage bekommt wohl jeder sein Pfarrer Papyrus. Ja, was treibst du, kleiner Bruder? Heute, meine Tochter, wird der Vogelfönix deinen zukünftigen Mann auswählen. In sieben Tagen ehrlichst du die Prinzessin, etwa. Ehrlichen? Ich soll einen Typen heiraten, dessen einziges Talent darin besteht, im Kreis zu fahren. Dir oblegt die Pflicht, diesen Ring sicher zu verwahren. Ein königlicher Traurig. Das ist der Mann, der sich den Ring nahm. Wenn ich ihn nicht wiederfinde, schneidet man mir die Zunge ab und rupft mir die Augen raus. Die einzige Möglichkeit, ihn zurückzubekommen, ist in die Welt der Lebenden zu gehen. Du bist nicht allein. Du hast ein Team. Eine Prinzessin, die schnarcht? Jede wettet, dass sie auch furzt. Wo sind wir hier? Leute, wir sind in Rom. Doch das tust du. Magst du, magst du, magst du. Dass unser Haus in fünf Minuten schließt. Woher kommt diese Stimme? Aus dem Himmel. Das ist rar. Die Stimme des Sonnengottes. Eine Stadt voll lebender Mumien. Könntet ihr mir bitte die Augen raushupfen, damit ich das da nicht sehen muss? Ha ha! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017